Hi, ich bin Leo, ein 18-jähriger Filmemacher aus der Pfalz und darum dreht sich ab jetzt auch alles auf diesem Kanal, ums Filmemachen. Jeden Mittwoch gibt es ein informatives Video rund ums Thema Filmen. Ich habe mir ein relativ großes Wissen angehäuft und nicht alles hat immer direkt was mit Filmemachen zu tun, weil Filmemachen meiner Meinung nach die oberste Kunst ist. Aber kurz zu mir. Ich bin wie gesagt Leo, 18 Jahre alt und betreibe seit drei Jahren YouTube. Angefangen habe ich mit Let's Plays, dann habe ich irgendwann angefangen zu vloggen und mich während dem Vloggen ins Filmemachen verliebt. Und da jetzt die letzten zwei Jahre stehen geblieben. Das heißt seit zwei Jahren drehe ich unglaublich gerne Filme. Ich habe schon das ein oder andere kleine Projekt für Firmen gemacht. Kurzfilme und wenn alles gut läuft im Sommer auch ein Spielfilm. Im Sommer diesen Jahres schließe ich außerdem noch hoffentlich erfolgreich mein Abitur ab und kann dann mehr Zeit zum Filmemachen opfern beziehungsweise zum Filmemachen lernen. Weil das ist das Wichtigste, was man selber als Filmemacher wissen muss. Man hat nie ausgelernt. Als Filmemacher kann man immer weiter lernen, weil meiner Meinung nach Filme machen die oberste Kunst ist. Und warum das so ist, möchte ich euch auf diesem Kanal zeigen. Allerdings wird es auch Basic Tutorials geben für die Leute, die gerade erst einsteigen. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, lasst gerne ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid, dann klickt euch mal in ein paar Videos von mir und lasst euch von meinem zukünftigen oder Vergangenheits-Ich überzeugen. Abo, bis dahin bleibt fresh und tschüss. Ach ja und ich finde so Vorstellungsvideos immer langweilig und ich habe dafür jetzt auch gerade irgendwie, ich glaube eine halbe Stunde musste ich hier stehen. Jetzt kommt noch ein paar coole Zusammenschnitte von Projekten, die ich gemacht habe. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben jetzt sechs Uhr, wir sitzen etwa fünf Kilometer vom Weltrekord entfernt. So, wer es bis hierhin geschafft hat, den erkläre ich noch ganz kurz diese Location. Und zwar, wir haben hier links Schnee und Matsch und eklig, weil es gestern Nacht geschneit hat, aber es ist über Null und deswegen ist es furchtbar ekliges Wetter. Der Himmel ist einigermaßen blau, was ich einfach cinematischer finde, aber das sieht man auf der Kamera nicht, weil die nicht damit klarkommt. Und hier rechts haben wir, fuck, ich muss mich beeilen, da vorne kommt Sonne. Ich lasse mal kurz den Sonnenstreifen durch. Oder ich ändere die Kameraeinstellung, das ist einfacher. So, ich hoffe, das geht jetzt. Das soll dann YouTube Deutschlands zeigen, dass es die Guten gibt und ja, Müll. Und es gibt halt, ich hoffe, das sieht man gescheit, es gibt mehr Müll als Gutes und ich stehe halt so auf dem Guten. In Filmemachen ist alles ein Argument, äh, als Filmemacher muss man alles gut argumentieren.